Stark, unstechlich und erfolgreich. Stark, unstechlich und erfolgreich. Wir sind die Stimme für das Zugpersonal. Lokführer und Zugbegleiter, keiner ist uns egal. Hallo Leute, mein Name ist Diana Gries, ich bin bei der Süddeutsch Bayern Bahn Zugbegleiterin, bin im Augenblick im Betriebsrat als Ersatzmitglied tätig und stelle mich für 2018 zur Wahl. Mir ist die Sicherheit auf dem Zug besonders wichtig, weil ich jetzt selber gerade zwei Übergriffe hatte und ich kann mich in meine Kollegen reinversetzen, denen das genauso geht. Und ich weiß auch genau, dass man danach sich mega schlecht fühlt und total unsicher ist. Ich setze mich für eine sehr gute Nachbetreuung für alle Kollegen ein, die einen Übergriff im Zug hatten und die damit nicht klarkommen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich möchte auch, dass meine Kollegen nicht aus Angst oder anderen Sachen ihren Arbeitsplatz aufgeben, sondern gerne den Beruf des Zugbegleiters ausführen. Ich stehe auch für eine vernünftige Pausenregelung vor euch. Ich möchte, dass endlich diese 15-minütige Pause, die keinem gut tut, dass diese 15-minütige Pausenregelung endlich abgeschafft wird. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Pausenregelung auf mindestens 30 Minuten hochgeschraubt wird, weil die Pause soll ja einen Erholungswert haben. Stark, unbestechlich und erfolgreich, stark, unbestechlich und erfolgreich.